Kim bei Koch Folge 100 Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur 100. Folge von Kim bei Koch. Erstmal möchte ich mich fürs Zuschauen und für eure Treue bedanken und ich freue mich darauf, euch auch weiterhin mit News rund ums Prickle versorgen zu dürfen. Und wir feiern den Anlass jetzt hier erstmal gebührend mit einem kleinen Fläschchen Sekt.